Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen neuen Weihnachts-Special-Part, dem 17.12.2012. Öffnen wir das Türchen. Wir haben nicht zu weit gebracht. Und es läuft wieder festig. So, wieder nur eine Schüsse. Und ein Let's Push, fairplay.de. Ja, fairplay.de, wer ist das? Das ist ein kleinerer Let's Player, praktisch so wie ich. Bin ja auch noch nicht so bekannt. Hab ja auch erst nur 32 Abonnenten. Trotzdem danke an diese 32. Ähm, ja, eher Let's Play Minecraft. Ähm, hat, macht zwischendurch mal, also Let's Tests, der hat zum Beispiel den Lansi gemacht, Tutorials, halt, über alles mögliche, zwischendurch mal irgendwelche Schwachsinsfilme. Wie zum Beispiel Toll Nanny, ähm, oder Payflow. Das sind halt normaler, haben nichts eigentlich praktisch mit ihm, also mit, ähm, Let's Play zu tun. Und, ja. Seinen Kanal findet ihr auf meinem Kanal. Ähm, ich würde mich über ein Abo von euch freuen. Und, ja, das war's dann auch schon. Fairplay.de, adios. Musik Produkte Vielen Dank.